Das Beglückwünschen desjenigen, der ein Neugeborenes bekommen hat und die Antwort darauf. Möge Allah dich segnen in dem, was dir gegeben wurde. Mögest du dem einen dankbar sein, der es gewährte. Möge er das reife Alter erreichen und möge dir seine Güte gewährt werden. Der Beglückwünschte antwortet darauf, indem er sagt. Möge Allah für dich segnen und seinen Segen über dich schütten. Und möge Allah dich gut belohnen und dir das gleiche gewähren und dich reichlich belohnen.